so meine lieben wir sind hier oben am berg da vor uns ist die jagdhütte habe ich jetzt aber ich weiß nicht warum ich runtergefahren bin gut dann nicht gelungen aber wisst ihr was wir machen heute vorigen schon beim letzten mal machen 6 wir gehen enten jagen und wenn wir mal schauen wie treffsicher wir bei den enten sind ich habe die stufe 6 gewärme jetzt mitgenommen wollten wir doch noch was größeres sehen auf die straße so 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 vor und See? und ich habe über den hügel müssen wenn ich Das ist ein Verbrecher. und Was ist das? einer war willkommen darum haben sie jetzt wieder welche hingesetzt wir sind wieder weg geflogen jetzt los Und weg. Und weg. Haben wir jetzt alle verscheucht? Enti, 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 enti. Enti, enti. Enti, enti, enti. Enti, enti. Enti, enti, enti. Enti, enti, enti. 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 Gar nichts. Gar nichts. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, das ist schon. Und Tonnen. Vielleicht gehen wir zu dem Anschluss, der da vorne ist und bleiben dort durchsitzen. Wir haben halt jetzt nur eine Kaliber 2, also 6er Waffe mit, aber das tut uns eigentlich egal. Ähm. Das ist sehr ruhig. Aber ich geh einmal zum Witz. Mal schauen. Der so drauf ist, aber das war echt geil. Ich schaue in diese Richtung da. Ich habe auch keine Ahnung, was er dann los ist. Ich habe auch keine Ahnung. 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 Ich habe auch keinen Ahnung. Ich habe auch einen Kopf in ach wie ich die Ahnung. Ich habe ist viel zu sagen.